Der weiße Rausch ist ein Rennen, das ganz oben auf meiner Liste steht, was ich unbedingt schon mal fahren möchte und es ist schon ein Unterschied, ob man jetzt zu viert fährt oder da mit 500 Leuten am Start steht und meine zwei Kameraden aus dem Skikroos-Weltcup aus Deutschland habe ich auch mitgenommen und die Herausforderung wird groß. Einerseits Spaß, andererseits werden wir natürlich schon probieren, dass ich zumindest oder wir zwei vorher ärm sind. Das ist das Wichtigste. Ich denke, ich werde schon ein bisschen hoch anfangen, dass ich unten ein bisschen Geserven habe. Ich werde schon bei Hütten hergehen, bis du höher bist. Sehr geehrten Dank für die Einladung, jetzt stehen wir oben, zwei Wochen über dem weißen Rausch, jetzt schauen wir uns die Gaudi mal an. Geh. 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 Geh.